Hallo meine lieben Fans, hier ist wieder der Fangamer, wir sind hier bei FIFA 18 Karriere, nein wir spielen jetzt nicht hier den Karaboo Cup, ich wollte euch nur zeigen, wir sind im Finale, am 25.02. wird das gegen Manchester United ausgetragen. Ich muss jetzt selber googeln, wieso eigentlich und auf gut Deutsch ist es so, ich lese euch das vor, und zwar sollte das addierte Resultat zu einem Remis führen, was wir hier als 5 zu 5 gehabt haben, so wird am Ende des zweiten Spiels eine Verlängerung ausgetragen. Führt diese weiterhin zu einem Remis, so gewinnt die Mannschaft mit der höheren Anzahl von auswärts geschossenen Toren. Das heißt, da wir als zweites Match in Swainer City unterwegs waren, haben wir dadurch den Vorteil gehabt und haben dadurch mehr Auswärtstore in der Verlängerung schießen können und sind deswegen weitergekommen. Und wenn das so stimmt, was ich da so gelesen habe, dann winkt dem Gewinner ein UEFA Cup Startplatz. Das wäre, was es viertlig ist, aber man möchte jetzt nicht übertreiben, Manchester United ist doch eine größere Macht, sage ich mal. Was ja nichts heißt, man hat ja schließlich auch schon Leicester besiegt, bezwungen. Swainer City, wie man hier jetzt gesehen hat, in einem Herzschlag-Finale ganz, ganz knapp. So, jetzt habe ich nicht einmal weiter simuliert zum nächsten Spiel. Das ausgetragen wird gegen Newport. Und da starten wir gleich. Ja, Postwick ist wieder mit dabei. Der darf wieder auflaufen. McManamy hat hier seine Frist verlängert durch seine hervorragende Leistung. Knot hat ein kleines Formtief. Der wird einmal durch Murk ersetzt. Ja, Huang Bowen ist auch sehr angeschlagen vom letzten Match noch. Wird deswegen auch Platz nehmen. Auf der Bank. Freude. Eigentlich rückblickend gedacht. Ein bisschen unfairer Modus. Weil da kann die Heimmannschaft eigentlich nur verlieren. Wenn sie nicht schon ordentlich vorgelegt haben. Wurscht. Man ist dabei. Manchester United wartet. Aber jetzt muss man hier mal den Kopf freikriegen. Dann muss man hier mal die Euphorie vergessen. Und sich hier von und ganz wieder auf die Liga konzentrieren. Und das tun sie. Lassen da mal wenig zu. Ja, die ersten drei hat man jetzt hier eingeblendet gesehen. Hier spielt man noch keine Rolle. Ist man ja in der Liga wieder ein bisschen abgerutscht. Daher hätte ich ihn besser abspielen sollen. Gut abgerutscht. 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 Ja, es fehlt ein bisschen das Aufbauspiel. Ist die Frage, haben sie hier zu viel gefeiert? Fast hätte man hier unnötig eine rote Karte provoziert. Ja, Michael Postwick ist wieder zurück in die Stadt. Ja, sie wäre noch ab. Ja, der wendet sich nicht weiter. Postwick. Da wirst du nicht? Nein. Jetzt wird hier aufgepasst, dabei lässt man hier nicht viel zu. Oh. Shit. Da kann es gut sein. Ja, 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 ja. Unnötige Sache hier. Sehr unnötig. Lassen wir Langermach seine Chance hier. Ja, Dicky steht nächstes Spiel. Schöner Pass auf McMenemy. Zu kurz. Ja, zu kurz der Winkel geworden. Aber immerhin Ecke. Und Abstoss. Zudem wollte man eigentlich nicht spielen. So, 1 zu 0 ist nicht viel. Aber man hat hier eine rote Karte kassiert, was natürlich nicht gut ist. Aber man spielt dennoch mit. Das war's. 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 Ja, im Moment verkauft man sich hier nicht ganz so optimal. Oh, das war zu... Na? Doch. Dachte ich mir. Dachte ich mir, dass das abseits war. Ein Tick zu spät ist der Bass gekommen. Alter. Murk kann nicht mehr. Oder können die noch, schon noch, aber... Wir werden hier Knott einwechseln. Alter. Oh, schade. Oh. Not super. Na komm her, Alter, Rot. Scheiße, Alter. Ich würde... Alter, das war doch... Das war doch nie und nie mein Foul, Alter. Ja, ich glaube, man hat nächstes Mal einen Verteidigungsmangel. Zwei Tore, beide durch Helfer. Schroeder hat mich. Schroeder hat mich. Schroeder hat mich. Zeh. Schroeder hat mich. Vielen Dank. Ja, es ist sehr ruhig geworden im Stadion. Ach komm, hey. Ah ja, der hat aber gelbe Karten auch mit. Ja, 3 zu 0. Verdiente Pleite. Gut, dass der so ein gelbe Kartenkonto schon gelehrt hat. Oh nein. Ist das der nächste Stürmer, der verletzt ist? Auf längere Sicht. Ja, hier hat man sich nicht gut verkauft in diesem Spiel. Allen voran durch die rote Karte hier einmal von Dickey, dem einen Verteidiger. Das führte auch zum 1 zu 0 durch 11 von Rick. Man hatte dann auch gute Chancen, aber konnte sie eben nicht nutzen. Auch auf der drüberen Seite gab es Glanzmomente. Und da weiß ich nicht, ob die Karte gerechtfertigt war. Die rote Karte und der zweite Elfmeter, der ebenfalls von Rick gut verwandelt wurde. Simon Church holt sich auch noch eine gelbe Karte ab und verletzte sich dann auch noch anschließend. Aber den Sack machte die andere Mannschaft zu. Mit dem Endstand von 3 zu 0. Postwick holte sich da ebenfalls noch die gelbe Karte ab. Ja, voller Punkte Erfolg für Norbert County. Ich bin der Fallen Gamer. Macht's das gut. Bis dann. Und nein, noch nicht Ciao, Leute. Weil wir werden uns jetzt noch anschauen, was mit Simon Church los ist. Ich habe jetzt Angst. Spieler gesperrt. Das heißt, Church ist nicht ernsthaft verletzt. Gott sei Dank. Aber man wird ein bisschen ein Problem haben. Den hat man noch. Der wird aber gegen Ende der Saison auch weggehen. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall noch um einen Verteidiger umschauen. Ja, ich bin der Fanggamer. Macht's das gut. Bis dann. Und Ciao.